und herzlich willkommen zu einem kleinen vlog von diesen kleinen stück schwanz auf jeden fall wir machen strangulation wir machen heute einen kleinen v-lock ja genetik alter ist in hannover beim snipes hier voll bock drauf weiter im nachhinein gibt es eine kleine autogrammstunde werde ich mir denke ich mal zwei oder drei oder fünfzehn autogramme holen was bist du für ein mensch was bin ich für ein mensch ich bin hier gleich deine verfickten ohrhaare weg drei wöchen spät ich muss ein bisschen höher so geht das so lecker auch oh oh ein baum oh 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 ein baum was für genug zeit um abzubremsen oh oh noch ein baum oh oh hier sind voll viele bäume oh 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 aber ey der hat auch schon so ein baum ohne witz oh 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 wir stehen in der schlange wir haben übrigens den coolsten und kleinsten genetik fan kennengelernt oh der weiß alles ohne scheiß der hat uns gerade belehrt zieht euch mal rein was hier abgeht die wollen das so das ist einfach eine stunde oder wie lange alter eine stunde eine stunde eine halbe stunde halbe stunde halbe stunde rappen und eine andere halbe stunde machen die was machst du da ey warte ich zeig mich nicht ich hab sogar genetik dazu ich hab sogar genetik dazu das ist der kleinste ist der coole ich schwirre ohne witz er ist der geilste typ der welt ok yo stimmung ist fett stimmung ist fett ist so wir stehen original vorm eingang wir haben uns voll nach vorne gemogelt ist aber ehrlich so alter ohne mal nice sag mal was tipp mich an hallo ich kenn niemand aber hallo ich bin ein netter mensch sie ist ein netter mensch sie ist auch ein netter mensch und er ist auch wieder dabei wer ist das ihr müsst ihnen alle auf instagram folgen ich heiße jstus hier äh abonniert mich bald bitte auch ich heiße 33 abonnieren aber original abonniert sie alle nicht er schnort einfach scheiß viele abos alter und du schnorrst die ganze zeit kippen alter was los bei dir er hat zwei kippen geschnort ok was brah was ist das Video ja hier ist das Video ach ein paar Sekunden später zweite Reihe junge zweite Reihe wir haben es geschafft man zieh das erstmal rein zweite Reihe digger der geilste motherfucker der babe der geilste motherfucker steht vor uns der ist da der der Die Hände hoch! Die Hände hoch! Die bleiben jetzt so! Die Hände hoch! 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 Der Hände hoch! Die Hände hoch! Unnormal! Es war so geil! Bind rundleujben, weil dann da so ein Dec gent kaputtet清pl underjoy. durfte was war warum nur die boxen alter oder oder hier so ein ding jetzt lasse ich mir einrahmen jetzt erstmal abwarten bis die trocken sind ja ich weiß nicht ob es das vielleicht in eurer stadt oder so gibt auf jeden fall ist das ein cocktail land ich kannte den vorher gar nicht er hat mir den gezeigt ich war noch nie bei subway essen er hat mir gezeigt er hat noch nie bei subway essen das ist so traurig alter ohne witz ne scheiß auf mcdonalds scheiß auf burger king subway ist der shit ist so alter auf jeden alter ist so ich schwöre da und ey übrigens übrigens ganz kurz sorry dass ich unterbreche aber subway wo ist die kamera da ist die kamera hast du gehört ja mann ja mann die sagen gar nicht so schlecht ja mann eigentlich ich glaube wir fahren jetzt noch mal hin und fragen die opfer so weg schlanken wie teuer die sind wir machen das so gta style wir laden die ein denn und dann bezahlen wir sie die haben ab und wir fahren sie um und sammeln das geld ein ja mann also gta style ja mann gta äh muss man machen auf jeden fall gta style normal machen wir jetzt ok das seht ihr nicht weil dann ist das wieder ab 18 und aber jetzt wird geflankt haut rein